Digitalisierung bedeutet für die Kommunikationsbranche, dass digitale Kommunikationskanäle und Spielarten wie zum Beispiel Mobile Apps immer wichtiger für die Kommunikation werden, da sie Marken die Möglichkeit bieten, auf andere Art und Weise mit ihren Kunden zu kommunizieren. Und gerade die Interaktion mit Kunden ist etwas, was in der Kommunikation extrem wichtig ist. Für mein Berufsbild bedeutet die Digitalisierung, dass ich über all diese Spielarten und Kanäle Bescheid wissen muss. Die größte Herausforderung für die Kommunikationsbranche ist es zu akzeptieren, dass Storytelling nicht mehr alleiniges Fährschaftsgebiet von PR-Lern und Kommunikatoren ist. Player aus anderen Bereichen wie Marketing, Werbung, Media oder digital schaffen es Geschichten besser zu erzählen, weil sie Kanäle zielgerichteter ausspielen. Wir als Kommunikationsbranche müssen uns in alle Bereiche weiterentwickeln, sei es durch den Aufbau von internem Know-how oder durch strategische Partnerschaften. Und dann glaube ich, dass die Zukunft gut aussieht.